Ja, liebe Freunde, ich bin in der Tat völlig überwältigt. Das hätte ich so nicht gedacht, dass einem helllichten Sonntagmittag das alles überfüllt ist. Es tut mir leid, dass viele stehen müssen, aber besser das als leere Stühle oder die Antifa oder was auch immer. Obwohl, damit hatte ich nun gerechnet in einer Universitätsstadt, habe extra keine Krawatte angezogen und nichts, dass es alles leicht zu reinigen ist. Aber es ist schon interessant, wohin man sich traut und wohin nicht. Ich bin hier oben in Ihrer Nähe eigentlich nur zweimal gewesen mit meinen traditionellen, historischen, inzwischen legendarischen Sommerinterviews. Das eine war, naja, und das andere war wirklich knackig und knallig. Das eine war, wie wir schaffen das, Kanzlerin. Und das andere war der große Bundespräsident Horst Köhler, der hier bei mir auf Usedom sagte, obwohl er Sparkassenpräsident vielleicht gerade deshalb vorher ja war, die Banken sind Monster, da gab es noch kein Rackenrop und auch keine Lobbyisten, die gerne Kanzler werden wollen, sondern da kam die Finanzkrise auf. Und er sagt, Banken sind Monster. Deswegen frage ich mich immer, wieso linke Kritiker plötzlich diesem System das Wort treten. Die Antifa lässt sich von der CDU missbrauchen. Denn der CDU-Innenminister von Sachsen, Herr Schuster, hat vor einigen Wochen in Bautzen, wo ich am Dienstag sprechen werde, auf einer großen Kundgebung, erklärt bei der Anti-Rechts-Demonstration, er guckte in das Fahnenmeer der Antifa und sagte, Sie sind meine wichtigsten Mitarbeiter zur Rettung der Demokratie. CDU-Innenminister von Sachsen. Und die Antifa lässt sich vereinnahmen von der CDU. Also ich hätte mir alles vorgestellt in den 55 Jahren meines Wirkens, aber das ist nun wirklich ein Wunder. Obwohl laut Stern ich, der ich jetzt hier vor Ihnen stehe, wundertätig bin. Laut Stern in der wunderbaren Beurteilung meines neuen Buches, das am ersten Tag bereits völlig ausverkauft war und in diesen Stunden in Sachsen gedruckt wird, damit es am 10. März wieder in den Buchhandlungen sein kann. Hane vollbringt drei Wunder. Erstens, er ist bereits als alter, weißer Mann auf die Welt gekommen. Ein größeres Kompliment kann man gar nicht kriegen. Meine Mutter mit 98 kriegt das jetzt noch mit. Mein Vater guckt sich das im Himmel an und sagt, da haben wir alles richtig gemacht. Und das Timing war auch richtig, nämlich der 9. November. Der 9. November. Deswegen ist das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich je bekommen habe, dass ich Sie bekommen habe. Wir würden uns hier nicht sehen. Und als ich kurzer Rast gemacht habe und aufgetankt habe, weil ich einen ungefähr zweistündigen Umweg gefahren habe, in der Raststätte Bukower See, tankt neben mir eine hübsche junge Dame, guckt mich an, als sei ich gerade mit der fliegenden Untertasse gelandet und sagt, das gibt es doch nicht. Ich habe heute Morgen im Kontrafunk Ihren Gottesdienst aus Bülow gehört. Unter dem Titel Christen sind Kreuz und Querdenker. Und ich habe mich auf mein Navi verlassen. Da habe ich in Berlin eingegeben Greifswald und denke, das führt mich da schon hin. Plötzlich war ich auf einer Autobahn, die führte eher nach Rostock und also nach Bülow, zu Johannes Holmer und seiner wunderbaren Gemeinde. Aber wie gesagt, das Navi führte mich so in die Irre, dass ich nur sagen konnte, jetzt hilft mir nur noch eine Person des Vertrauens. die ich anrufe und die mir den Weg zeigt. Und Thomas Kerl wollte ich hier nicht stören, dann habe ich Pastor Holmer angerufen, meinen wunderbaren Freund Pastor Holmer, dessen Vater es geschafft hat, was noch kaum ein Deutscher jemals geschafft hat, nämlich auf die Titelseite der New York Times und der großen Weltzeitungen, als der Pastor der Erich und Margot Honecker aufgenommen hat in seinem Pfarrhaus. Jan-Josef Liefers, der standhaft geblieben ist als Querdenker. Die Wessis sind abgesprungen, weil sie Angst hatten um ihre Karriere, als diese 50 Künstler diese Videoclips gemacht haben. Und Liefers hat einen Film gemacht, Honecker und der Pastor, ein Denkmal für einen Mann, der mir in meiner Sendung auf die Frage, warum haben sie das gemacht, nur gesagt hat, ich bin doch Christ. Vier Sporte, mehr nicht. Und wer kann schon von sich sagen, dass Erich Honecker in seinem Kinderbett geschlafen hat, im Pfarrhaus, also dem ehemaligen. Irre. Mein Kinderbett hatte früher Gitterstäbe. Ob das da auch der Fall war? Aber es ist einfach ergreifend, den Film können Sie ja in der Mediathek beim ZDF sehen, und während Uwe Holmer und seine liebe Frau im Ehebett beten für Honeckers, schiebt im Kinderzimmer Margot die Betten auseinander, weil sie nicht mit Erich zusammen schlafen wollte. Es ist herrlich, bis ins Detail hinein. So. Und genau das ist die Frage auch unseres Lebens. Auch unserer gesellschaftlichen Situation. In allen Fragen. Auf welches Navi vertrauen wir? Von wem lassen wir uns leiden? Lassen wir uns in die Irre führen? Oder rufen wir eine Person des Vertrauens an? Auf die Frage, wieso ich in Sachen Corona und auch des Ukraine-Krieges vom ersten Tag an meine Meinung hatte, die sich bis heute nicht geändert hat, liegt daran, und das sage ich mal als Christ, dass Gott immer zur richtigen Zeit an den richtigen Ort die richtigen Menschen schickt. dass sich ein der führenden Mediziner der Welt von dessen Lehrbüchern jeder Arzt, der mit Ultraschall zu tun hat, heute profitiert. Der noch im Ruhestand arbeitet an der Charité. Ein frommer Mann war Mitglied der Landessynode im Osten, in Ost-Berlin, Brandenburg, als die Kirche noch Kirche war. Und dieser Mann, dem konnte keiner etwas tun, keiner etwas tun, weil er eine Kapazität war. Und der mir am ersten Tag schon sagte, wenn Drosten jetzt der Berater von Merkel wird, dann kann ich nur sagen, was wir jetzt alle erlebt haben. Im Vorhinein. Und derselbe Mann, der immer noch untersucht, Ultraschall, und er sagt, ich habe in meinen Untersuchungen der letzten Monate nur noch Impf geschädigt. Nur noch. eine Weltkapazität. Und ich frage mich, wem vertrauen wir eigentlich für unsere Informationen? Ich bin froh, damals diesem Mann begegnet zu sein. Oder Professor Paul Krüll, der führende Labormediziner Deutschland, mit dem größten Labor Europas, der von der ersten Sekunde an gewarnt hat. Auf welches Nami vertrauen wir in den entscheidenden Fragen? Das ist auch die Frage der Medien. Und wenn ich irgendetwas, das ist ja das erste Kapitel, so fange ich ja an, und sage, wie können eigentlich Politiker und Journalisten heute noch ruhig schlagen? Denn das Vertrauen ist weg. Egal welches Meinungsinstitut. Jetzt war bei Kontrafunk der Chef von Allensbach. Sehr interessant, soll ja angeblich ein rechtsradikaler Sender sein. Aber die Experten geben sich da Klinke in die Hand. Warum? Weil sie wissen, da haben wir Hörer, da haben wir Einfluss. Und er hat noch mal bestätigt, noch nie war das Vertrauen in Politik und Medien so im Keller wie heute. Das heißt, für jeden, dem es wirklich um unsere Demokratie geht, müssen doch die Alarmglocken schrillen. Aber sie schrillen eben nicht. Heute haben wir einen historischen Tag. Und ich bin froh, dass ich an diesem Tag ausgerechnet hier in dieser schönen Hanse- und Universitätsstadt Greifswald sein kann. Bei Ihnen. Heute steht in einigen wenigen Zeitungen, so auch in der Welt am Sonntag, habe ich eben noch an der besagten Tankstelle gekauft, eine Nachricht, wo ich denke, weil ich hörte von Kollegen, die hatten mir eine SMS geschickt, hast du das eigentlich schon gehört? Das müsste die Titelseite sein. Es steht winzig klein, ich habe das hier mal rot umrandet, winzig klein, Braun, also der frühere Kanzleramtsminister und Lauterbach räumen Fehler ein. An maßgeblichen Entscheidungen beteiligte Bundespolitiker haben Fehler in der Corona-Politik eingeräumt. Helge Braun bis 2011, 21 Kanzleramtsminister im Kabinett Merkel, beide CDU, sagte dem Spiegel, die Bundesregierung habe die Wirksamkeit der Impfstoffe überschätzt. Man sei davon ausgegangen, dass Geimpfte auch vor Ansteckung sicher seien. Wir haben das Impfen als eine Lösung für den Ausstieg aus der Pandemie beworben und eine Erwartung geschürt, die wir am Ende nicht erfüllen konnten, räumte er ein. Der heutige Gesundheitsminister Lauterbach, SPD sagte, der größte Fehler war, dass wir bei den Kindern zum Teil zu streng gewesen und mit den Lockerungsmaßnahmen wahrscheinlich etwas zu spät angefangen haben. Meine Damen und Herren, es müssten in Schleife, im Fernsehen, im Radio ununterbrochen diese Meldungen kommen. aber sie kommen nicht. Wissen Sie, das ist ein historischer Tag heute. Die Verschwörungstheorien sind wahr geworden, so wie sie alle wahr geworden sind. Vorgestern wären sie für diese Sätze eingesperrt worden, wenn sie das hier von der Bühne gesagt haben. Jetzt stehlen sich die führenden Politiker, die Schuld daran sind, dass Kinder unter Depressionen und Verhaltensstörungen leiden, dass Alte ungetröstet gestorben sind, dass Menschen isoliert worden sind, dass Leute ihren Beruf verloren haben, ihre Existenz verloren haben, ihren Ruf verloren haben, dass sie psychisch und physisch in den Tod getrieben worden sind, die stehlen sich mit drei Sätzen aus der Verantwortung. Schönen, wenn die Kollegen aus der Zeitung und welche Zeitung immer dabei wären. Wie können Journalisten noch in den Spiegel gucken, die das hier als Mini-Meldung bringen? Jetzt können Sie doch ahnen, was in unserem Land los ist mit der Meinungsfreiheit. Dennoch, ich habe als Journalist, genauso ich als Arzt, wenn ich Arzt wäre, den Hippokratischen Eid, nennt sich jetzt glaube ich Kentfer Eid oder was auch immer geschworen habe, genauso habe ich als Journalist ein Ethos, ich jedenfalls. Und dann muss ich auch, und das ist ja der Witz, eigene Fehler eingestehen. Natürlich bringen die das ganz klein, weil natürlich die nächste Frage kommt, warum habt ihr da mit gemacht? Aber meine Damen und Herren, ich bitte Sie an diesem historischen Tag, das zur Kenntnis zu nehmen, dass die beiden entscheidenden Weichensteller dieses gesamten Irrsinn, dass unsere Wirtschaft ruiniert hat, unsere Gesellschaft ruiniert hat, Vereine zerstört hat, Familien zerstört hat, Ehen zerstört hat, alles kaputt gemacht hat, dass das alles Lüge war. Das muss man sich mal vor Augen fühlen. Und das sage nicht ich. Verstehen Sie, das sagen die selbst in einem Nebensatz. Och, wissen Sie das mit dem Impfen? Die evangelische Kirche, für die ich in oberster, äh, äh, in oberstem Gremium 26 Jahre lang Verantwortung getragen habe, hat durch ihre Ratsvorsitzende, die inzwischen über diesen widerlichen Missbrauchsskandal gestolpert und Gott sei Dank abserviert worden ist, die hat erklärt, ich bin für die Impfpflicht, weil wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Impfen keine Nebenwirkungen hat. Wissen Sie, da bleibt einem die Sprache weg. Und jetzt sind wir beim Navi. Denn jetzt sagen, ja, wenn wir die Politiker darauf ansprechen, aber sie werden ja nicht angesprochen, weil es keinen kritischen Journalismus mehr gibt. Sie werden doch nicht angesprochen. Und sie schützen sich jetzt. Nicht weil jetzt gibt es das Demokratieförderungsgesetz. Heute müssen sie mal Kontrafunk die Sonntagsrunde hören. Mit Harald Magenstein, einem linken Kollegen. Mit Silke Schröder, die über die größte Lüge der letzten Wochen vernichtet worden ist. Nämlich die Wannsee-Konferenz. Das ist alles in sich zusammengebrochen. Alles. Es waren alles Fake News. Korrektiv gibt das selber zu. Ja, glauben Sie, da wird jemand rehabilitiert? Und Magenstein sagt, das kann ich jetzt nur wiedergeben, aber er kommt ja von der linken Seite, schreibt für den Tagesspiegel, auch für die Welt, hervorragend, auch in den letzten Jahren zu Corona und so weiter, deswegen werden solche Leute ja egal, links oder rechts. Wissen Sie, das Irre ist doch immer, man wird immer mit irgendeiner Partei in einen Topf aufgeworfen. Wobei ich in Klammern sage, mein Freund Harald Schmidt, der hat auch als erster gesagt, als er gefragt hat, sehen Sie geimpft? Hat er geantwortet, geht Sie in den Dreck an? Habe ich das auch gleich übernommen? Nein, Magenstein sagt, und ich kann es nicht überprüfen, weil ich habe das ja erst jetzt im Auto gehört, das Demokratieförderungsgesetz ist teilweise vom Vokabular eins zu eins das der Nazis von 1936, nämlich an der entscheidenden Stelle, sagt Magenstein, er hat das vorgelesen, aus dem Gesetz damals, und er sagt, das Irre ist ja heute, die Regierung sagt, auch das, was nicht strafbar ist, wird trotzdem verfolgt. Bei den Nazis hieß das, alles, was dem gesunden Volksempfinden widerspricht, ist verboten, auch wenn es unter der Meinungsfreiheit gerechtfertigt wäre. Eins zu eins. man weiß gar nicht mehr, was man zuerst und zuletzt sagen soll. Und man fragt sich, warum gibt es so viele Menschen, die das nicht erkennen, die das nicht hören, die das nicht sehen wollen. Sie können aber höchstens nach Niedersachsen auswandern, habe was Wunderbares gefunden im Internet, da heißt es aus der Staatskanzlei von Hannover, Niedersachsen mag Menschen, die querdenken und gerade heraus handeln. Sie erkennt man an ihrer Haltung nicht an der Sprache. Jetzt wandern wir alle nach Niedersachsen aus. Nur, das ist zehn Jahre alt. Vor zehn Jahren war das also völlig normal, dass ein Land, ein Bundesland stolz darauf war, Niedersachsen mag Menschen, die querdenken und gerade aus handeln. Sie erkennt man an ihrer Haltung nicht an der Sprache. Das ist zehn Jahre her. Heute hat man die Sprache umgedreht und hat im Endeffekt und das dürfen wir nicht zulassen, die Sprachhoheit weggenommen. Wer schwurbelt denn heute? Wer verbreitet denn heute Verschwörungstheorien? Wer verbreitet denn heute Fake News? Die Frage muss man sich doch mal stellen. Und seit heute wissen wir es ja aus dem Munde von Herrn Braun und aus dem Munde von Herrn Lauterbach. Meine Damen und Herren, ich habe in meinem Buch, Stichwort Braun, ich habe ja 30 Geschichten, die Pas pro Toto, jedes steht für sich, um die Gesamtlage der Bundesrepublik, in der wir uns befinden, zuschreiben. Und jeden Tag kommt was Neues hinzu. Irre. Es bestätigt sich schneller, als ich stoppen kann. Ich habe zum Beispiel über Dresden geschrieben, dass sie da, wenn sie auf dem Bahnhof mal aufs Klo müssen, schon eine gute Blase haben müssen und auch notfalls den Zug fahren lassen müssen, weil es gibt für Männer keine Pissoirs mehr, denn das widerspricht ja den Gleichheitsgrundsatz für alle Geschlechter. Deswegen hat man, wo Männer das alles schnell erledigen können, abgeschafft. Deswegen gibt es jetzt kilometerlange Schlangen, CDU regiert, Sachsen, vor den Toiletten, ich habe das selber erlebt, und nun schickt mir heute mein Freund Johannes Holmer einen Videoclip aus dem Abgeordnetenhaus von Berlin, aus der Sitzung von Donnerstag. Das wichtigste Problem in Berlin ist, wie eine Abgeordnete dort sagt, dass ja die Stehpinkler innen die Nicht-Penis innen einen Nachteil hätten und deswegen müsste das jetzt in Berlin auch so sein. Meine Damen und Herren, das ist eine Stadt, in der in der jeden Tag hunderte alter Menschen im Müll suchen sehe, die dort ihren Lebensunterhalt sich zusammensuchen. Sind wir denn verrückt geworden? Sind wir denn verrückt geworden? Verstehen Sie, das ist doch irre! Dreimal dürfen Sie raten, von was Berlin jetzt regiert wird. Ich arbeite mich doch nicht an der Ampel ab, verstehen Sie? Ich habe, traf und ins Ricarda Lang, da habe ich gesagt, liebe Frau Lang, wir haben ein Selfie gemacht, kann ich Ihnen jetzt zeigen, ganz toll! Und da sage ich, liebe Frau Lang, ich schätze Sie in Ihrer Fröhlichkeit, niemand bringt diesen Schwachsinn der Grünen so toll rüber wie Sie. Wenn Sie da, wissen Sie doch, wie Sie dran sind. Aber ich frage Sie beim Demokratieförderungsgesetz, wo ist da die CDU? Wo ist bei dem Korrektivskandal mit der sogenannten Wannsee-Konferenz, wo ist da jetzt die CDU? Diese Frage muss man sich doch bitte einmal stellen. Darum geht es doch. Jetzt regen Sie sich auf, dass der Ramadan in Frankfurt am Main höher gehandelt wird als das Weihnachtsfest. Ja, wer regiert denn in Hessen? Jetzt regen Sie sich auf, dass der Märchenwald der Brüder Grimm, der Reinhardswald abgeholzt wird, weil wir ja jetzt keine Bäume mehr brauchen, sondern Windräder. Wer regiert denn in Hessen? Wer sagt denn der Mur ziehen? Ist ein Beitrag zur Integration. Zerwüst Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Heute im Kontrafunk in der Sonntagsrunde erzählt Markenstein von der linken Seite her und sagt, es darf doch nicht wahr sein, dass in Essen ein Taxifahrer seinen Bibelspruch vom Taxi weg machen muss, weil das der Neutralität eines Taxis widerspricht. Wer regiert in Essen? Der Oberbürgermeister und die Mehrheit ist von der CDU. Wer regiert in Nordrhein-Westfalen, das Innenministerium, was ja zuständig ist für die Taxen? Die CDU. Dass bloß keiner denkt, ich würde jetzt eine Kanonade hier ablassen, deswegen verstehe ich auch, ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich jetzt von Herzen bei der Antifa wäre, ich würde doch nachdenklich, die CDU vereinnahmt mich. Die ganze Pharma-Industrie, diese ganzen Blackrocks und wie sie alle heißen, vereinnahmen die zur Rettung der Demokratie, das ist doch irre. Und dann wird der Verfassungsschutz in Stellung gebracht. Ja, wer ist denn der Präsident des Verfassungsschutzes? Ein CDU-Funktionär und zwar ein ganz Entschiedener? Auch das muss man wissen. Nun können wir auch nicht mehr vom Verfassungsschutz sprechen, ist ja ein Euphemismus. Der Verfassungsschutz ist nach den schrecklichen Erfahrungen des Nationalsozialismus installiert worden für das Volk. Das heißt, die Verfassung für das Volk zu schützen, falls die Regierung gegen die Verfassung verstößt. Das ist der Verfassungsschutz. Heute sollte man ihn lieber umbenennen. Und da sage ich ja, jeder, der uns das jetzt hört, der vielleicht hier auch geschickt worden ist, unter uns ist ja ganz herrlich. Theo Lehmann, der große, große Prediger, Karl-Marx-Stadt für Chemnitz, tausende jungen Leute strömten zu ihm in die Jugendgottesdienste. Der hat gesagt, noch nie im Leben haben so viele Stasi-Leute das Evangelium von Jesus gehört, wie in meinen Veranstaltungen. Und da gab es ja noch kein Internet. Aber wissen Sie, warum nennen Sie sich denn nicht um und sagen, wir heißen ab heute Regierungsschutz? Man hat das doch total umgedreht. Merken Sie nicht, was heute möglich ist. Und das ist doch keine Polemik, das ist kein Schwarz-Weiß-Denken, das ist nur Denken. Das ist Haltung. So wie das doch hier in Niedersachsen so schön ist. Niedersachsen mag Menschen, die quer denken. Heute schreiben sie mit drei E und alles Wahnsinn. Alles Wahnsinn. Aber in diesen Zeiten leben wir jetzt. Erich Kessler sagt und seine Bücher sind verbrannt worden und er hat das Schreibverbot. Meine Bücher sind von so einem traurigen Kollegen eigentlich, der auch gerne mal einen Bestseller schreiben würde. Ich meine, das ist Neid ist die Mehrwertsteuer des Erfolges. Es ist noch nie ein Buch, noch nicht mal Obama, von Null auf Eins und dann noch von einem als konservativ und rechts verschrieenen Christen sofort auf Platz eins aller Bestseller Listen gewesen wie mein neues Buch. Das heißt, das würde doch jeder auch mal gerne erleben. Und der hat in seiner Literatursendung, die da irgendwo um Mitternacht läuft, meine Bücher, die dann immer auf Platz eins der Spiegel West in den Reißwolf gesteckt, voller Verachtung. Habe ich gesagt, das hatten wir in den 30er Jahren schon mal. Merken wir eigentlich und dann, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, die Politiker, die wirklich etwas bewegt haben, waren allesamt Historiker. Helmut Kohl war Historiker, Bernhard Vogel war Historiker, letztlich auch Helmut Schmidt, Historiker, Hans-Joachim Vogel von der SPD. Das war noch Zeit. Heute haben wir keine Ahnung mehr von Geschichte. Und jetzt überlegen Sie mal auf den großen von unseren Steuergeldern finanzierten Künstlertreffen findet findet der schlimmste Antisemitismus statt, den es überhaupt im deutschen Sprachraum gibt. Da sitzt lachend Claudia Roth in der ersten Reihe und verteilt die Millionen und kriegt gar nicht mit, was da eigentlich los ist. Das führt mich ja zu dem Satz, wir werden von Idioten regiert. Und das ist sehr interessant, dass Thomas Schmid, der immerhin die Edelfeder der Zeit ist, früherer Herausgeber der Welt, der jetzt in Stellung gebracht worden ist, damit er mein Buch verreist, der schreibt in einem herrlichen Satz, erst mal zitiert er Dinge, wo jeder der es liest sagt, der Herr hat doch recht. Vielleicht hat er das bewusst gemacht, ich weiß es nicht. Dann schreibt er aber, Herr beleidigt niemanden. Schon interessant. Das ist doch nicht meine Absicht. Aber die Wahrheit muss doch auf den Tisch. Nur die Wahrheit hilft uns aus der Kriege. Nur die Wahrheit. Und Erich Kästner schreibt, Wer warnen will, den straft man mit Verachtung. Die Dummheit wurde zur Epidemie. So groß wie heute war die Zeit noch nie. Ein Volk versinkt in geistiger Umnachtung. Das war die Reise. Deswegen atme ich heute ein bisschen auf, dass es wenigstens einen Hauch von Selbstkritik gibt. Aber damit Sie sehen, dass ich den Faden doch nicht verliere. Ich habe ein Kapitel geschrieben, Pass pro toto, über den Anbau und die Renovierung, ich nenne es Protzprunk Kanzleramt, und da passiert Folgendes. Carsten Linnemann, den ich schätze, menschlich, den ich gewarnt habe und sage, Sie kommen in meinem Bild vor. Ich warne die Leute, ich gebe Warnhinweise. Nicht? Also Sie kriegen die ja, weil Sie ja dumm sind, müssen Sie die ja kriegen. Also wenn Sie Harald Schmidt hören oder Heino Lieder oder Otto, da muss ja vorher gesagt werden, was da jetzt kommt, das ist so gefährlich und also schalten Sie lieber ab, so ungefähr, weil das Volk ja so dumm ist, muss das ja belehrt werden. Boris Reitschuster schreibt dazu und ich zitiere das ja in meinem Buch, das hatten wir alles schon mal bei Herrn Hager, dem Kultur, Minister der DDR und das Ganze stammt aus Moskau, da müssen die Leute dauernd gewarnt werden. Der Witz ist ja nur, ist ja schon toll, Bücher, die verrissen werden, werden am meisten verkauft. Filme, die verrissen werden, werden am meisten gesehen. Und das, vor dem gewarnt wird, ist ja am interessantesten. Das ist ja nicht nur bei Kindern so. Das ist ja, also wenn Sie in Berlin, ich habe das oft mit Helmut Kohl, damals in der Zeit der Wiedervereinigung besprochen. Und der sagt, ich sage, Mensch, wie haben die das wieder rausgekriegt? Und ich habe keine Ahnung, ich hätte das auch gerne im ZDF verkauft, die Nachricht. Das ist ganz einfach. Das habe ich von Adenauer übernommen. Man muss nur auf einen Brief geheim draufstempeln. dann ist da können Sie auch sagen, geheim, nachts wird es dunkel. Es gibt ja ganz einfache Tricks. So, jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, um einfach mal zu kapieren, wie es bei uns abläuft, in Deutschland gegenwärtig. Ich finde in der Zeitung, Berlin liegt bei mir vor der Wohnungstür, ich mache auf, riesige Schlachtzeile, CDU will Erweiterung des Kanzleramtes stoppen. Und dann steht Carsten Linnemann, hat gesagt, 800 Millionen, also zu Deutsch 8 Milliarden, das ist zu viel, das kann man heute niemandem zumuten. Also weg damit. War ein paar Tage vor der Wahl in Bayern und in Hessen. War ja toll. Das Volk ist dumm. Wer hat das Kanzleramt in Auftrag gegeben? Wer hat die Erweiterung in Auftrag gegeben? Die Weltenkanzlerin, Otto-Reeen-Wahlkreis hier bei Ihnen, die hat das in Auftrag gegeben. Alle haben gejubelt und Herr Braun, Kanzleramtsminister, die wissen, ich war ja da überall dabei, das ist ja das Herrliche, mir kann keiner was erzählen, hat mit Stolz erklärt, warum wir diesen Erweiterungsbau unbedingt brauchen. Juhl. Jetzt will dieselbe CDU, die das in Auftrag gegeben haben, das stoppen. Es gibt Aufstand im Bundestag und Scholz sagt ganz klar, davor ziehe ich den Hut, die Verträge sind gemacht, wir haben das hier übernommen, wir ziehen das durch. Dann einigt man sich auf einen Kompromiss. Der Haushaltsausschuss des Bundestages kontrolliert noch mal alles und versucht die Kosten zu senken. Jetzt dürfen Sie dreimal raten, wer der Vorsitzende des Haushaltsausschusses ist. Der ehemalige Kanzleramtsminister Helge Braun. Das heißt, die Kontrolleure kontrollieren sich selbst, die Täter löschen das eigene Feuer, das sie gelegt haben. Das Prinzip gibt es bei Corona, bei Klima und bei allen anderen Dingen. Sie kontrollieren sich selbst. das Volk merkt das gar nicht. Das heißt, Sie können immer vorne raus und wissen Sie die ganze Corona Geschichte, wenn es nicht so traurig wäre. Wenn ich nicht plötzlich höre von Kindstod im Bekanntenkreis und die schwangere Mutter ist zum Impfen geradezu gezwungen worden, Beamtin und so ist alles unfassbar, unfassbar. Wenn das alles nicht so traurig wäre. Man könnte ja durchatmen und sagen, ja, selbst schuld. wer keine Evaluation wie es so schön heißt, also ich würde sagen Erfahrungsbericht, das hat man so erlebt mit Corona, da das nicht gemacht wird, brauchen sie doch nur einen Hauch von Lebenserfahrung, um festzustellen, die haben zu verbergen. Die wissen, ich habe immer gesagt, Leute, untersuchen, Untersuchungsausschuss, alles, denn ihr wart doch im Recht. Ihr müsst doch das alles untersuchen, dann kriegt ihr noch einen Nobelpreis für Wahrheit oder was auch immer. Das ist doch Wahnsinn. Wer brecht, wer die Wahrheit nicht weiß, ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Der brecht. Und Jesus Christus, bei dem kenne ich mich ein bisschen besser aus, nur die Wahrheit wird euch frei. Liebe Freunde, es geht eigentlich nur um die Wahrheit. Und jetzt könnte ich das alles Revue passieren lassen. Unter dem Horizont Lauterbach und der Rätelsführer von der CDU, der Kanzleramtsminister gestehen ein April April. Vier Jahre ist es her, in Berlin, die erste Demonstration. Wie wurden dort selbst alte und gebrechliche und Bürgerrechtlerinnen der DDR von der Polizei behandelt. Sie wurden festgenommen, nur weil sie das Grundgesetz in der Hand hielten. Ein Bundespräsident hatte keinerlei Verständnis für diejenigen, die da auf die Straße gegangen sind. Nein, er verkündete, der Spaziergang hat seine Unschuld verloren. Dabei weiß jeder Arzt, egal wie er denkt, ideologisch, politisch, medizinisch, alternativ oder konventionell, human oder Tiermedizin, sehr interessant, die Corona-Geschichte wurde von einem Tiermediziner konversiert, das ist ja irre, dieses Land ist doch irre. Jeder Arzt weiß, Spazieren gehen ist gesund. Und ich sage Ihnen noch aufgrund meiner meteorologischen Forschungen, Spazieren gehen ist gesund, besonders montags. Und wissen Sie, liebe Freunde hier in Greifswald und diejenigen, die uns dann über YouTube und all die Kanäle hören, der beliebteste Satz ist heute, wir haben ja von allem nichts gewusst, wir hatten ja noch keine Erfahrungen mit solchen Pandemien und als Politiker sind wir verpflichtet, dann auch zu handeln, selbst dann, wenn wir uns nicht hundert Prozent sicher sind. Liebe Freunde, die warnenden, mahnenden Stimmen von weltbekannten Experten hat es vom ersten Tag angegeben. Ich weiß noch zu meiner Mainzer Zeit, wenn irgendwo bei einer wissenschaftlichen Diskussion oder Veranstaltung der Uni Professor Bakhti auftrat. Da wurden die Hände gefaltet, als käme also ein Heiliger der Wissenschaftler, war mir manchmal schon ein bisschen übertrieben, bei mir habe ich ja nichts dagegen, aber habe ich immer gedacht, meine Güte, so ein Virologe und so was, Mediziner, die haben ihn förmlich angebetet, weil er eine Weltkapazität war und ist. Und in einer Sekunde ist alles vorbei. Meine Damen und Herren, das hatten wir alles in der jüngeren Geschichte schon mal. Wir dürfen uns hier nichts in die Tasche üben. Denke an Preusser Homburg, Präsident und Vorsitzender eines großen wissenschaftlichen Instituts der Universität Hannover. Kapazität, Leute verneigten sich, die Politiker waren geehrt, mit dem fotografiert zu werden. Wodak, SPD-Bundestagsabdorfer, ich kündige jetzt viele Namen Preusser Sönnigsen in Wien. Viele Aufsätze und die Krönung ist für mich der Epidemiologe und Amtsarzt Bayerns Dr. Pörner. Meine Damen und Herren, der ist von Söder hingerichtet worden. Anders kann man es gar nicht sagen. Und die Gerichte haben ihn wieder in den Beruf zurückgeklagt und das Régumé wieder herzustellen versucht. Aber es ist kaputt. Und dann sagt dieser Mann im Kontravunk, da können Sie sich mal vorstellen, ich als Experte für Epidemien muss mir dann von Politikern sagen lassen, was jetzt meine Meinung zu sein ist. Wissen Sie, dann stimmt der Untertitel meines Buches. Ideologie und Idiotie. Wenn die sich verbünden, dann wird es schlimm, dann wird es eine Katastrophe, wenn sich Dummheit mit Ideologie verbünden. Sie können ja gar nicht so viel wissen Sie, können wir jetzt hier Kabarett aufführen, alleine mit regierungsamtlichen Stellungnahmen. Und ich bin ja so dankbar, dass ich jetzt nun endlich mal in Greifswald bin, weil wir haben, das wusste ich gar nicht, ja etwas gemeinsam. Ich komme aus Minden in Westfalen, das ist zwar nicht Hansestadt, aber Kogge, das war sowas ähnlich, so Hanse für Arme, das war Kogge und das ist Minden. aber ich wusste gar nicht, Greifswald zu Preußen gehört und hier auch irgendwie erobert wurde oder was auch immer. Also auf jeden Fall kann ich von dir sagen als Mindener, dass Friedrich der Große gesagt hat, die Mindener sind meine treuesten Untertanen. und daran halte ich mich bis zum heutigen Tag. Ich kann auch allen zurufen, die uns jetzt so unsichtbar zuhören und mitschreiben und gucken, uiuiui, der delegitimiert jetzt den Staat. Sie brauchen diesen Staat gar nicht mehr zu delegitimieren, er wird von der Regierung delegitimiert. Ich zitiere meinen Freund Hendrik M. Brudel, den wohl bekanntesten deutschsprachigen jüdischen Publizisten, ich zitiere nur, der schon vor einem Jahr sagte, ich saß neben ihm, Nancy Faeser ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Ich habe nur zitiert. Aber das ist doch ein Beispiel, was man mit einem Wissenschaftler, einem Amtsarzt, der sogar noch Facharzt für genau diese Thematik war, der wird von der Politik, in dem Fall der CSU, einfach aussortiert. Kann sich nicht wehren. Irre. Nach diesen Sätzen, ich sage noch einmal, dieser historische Sonntag, wo in der Zeitung mit Lupe nichts zu erkennen, aber immerhin die Sätze stehen, dass das alles April, April war, was wir erlebt haben. war, wissen Sie was? Es müssten sich doch jetzt die Gefängnisse öffnen für die Ärzte, die immer noch im Haus sind. Also, wenn die Täter schon nicht zurücktreten, das Irre ist ja, wenn die Täter alle zurücktreten würden, also, dann gäbe es im Bundestag nur noch ja, aber also, sagen wir mal so anderthalb Parteien würde uns viel Geld ersparen, wenn die Täter jetzt zurücktreten würden, aber es muss doch zumindest nach diesen Sätzen, die ich Ihnen eben vorgelesen habe, eine sofortige Rehabilitierung. Ander Kritiker einsetzen. Ich fordere, jetzt will ich nicht wieder diesen Satz bemühen, der mir, wissen Sie, früher kamen die Omas auf mich, die Kinder und Jugendlichen auf mich zu und sagten, wir hätten gerne ein Autogramm für die Oma, die ist ein großer Fan von Ihnen. Das sage ich noch nicht, weil die Mutter nur Oma heute kommen die Omas und sagen, wir hätten gerne ein Autogramm von Ihnen, unsere Enkel sind ja die größten Fans von Ihnen, die rufen mir ja auf der Straße schon zu, ich will Handschellen klicken hören oder Gender ist was für Schwachsinnige oder sowas. Nun will ich diesen Satz nicht noch mal bemühen, jetzt sage ich das mal juristisch, wir haben ja führende Juristen hier unter uns, ich plädiere für die Politikerhaftung. Wir brauchen endlich Politikerhaftung. Und das ist jetzt auch, es ist alles kein, klar, wenn Sie das von der anderen Seite beurteilen, ist das jetzt alle eine Schimpfkanonade von einem alten weißen Mann, der unbelehrbar ist, aber wissen Sie, das ist nüchternes, klares Denken. Sie können nur das Schlimmste verhindern, wenn es die Demokratie schon nicht mehr schafft, durch Haftung und durch andere Mittel, ich plädiere ja seit Jahren dafür, in den Bundestag, in die Parlamente, in die Landtage dürfen nur noch Leute mit abgeschlossener Berufsausbildung und Verlegung sein. und ich habe das ja auch über Ihre Ministerpräsidentin geschrieben. Interessanterweise fiel mir heute ein, wovor ich Respekt habe, die hat sich taufen lassen, vor Jahren schon, war riesengroß in den Schlagzeilen. Derjenige, der das Hauptopfer der CSU gewesen ist, durch den damaligen Minister Seehofer, nämlich Stefan Grotz, der gegen dieses Angstpapier, erinnern Sie sich, da gab es eine Anweisung im Innenministerium, die ausgearbeitet wurde, man muss die Leute in Panik versetzen, damit die sich auch impfen lassen und diese Maßnahmen alle mitmachen. Das haben die meisten alle vergessen. Der Mann hat sofort seinen Beruf verloren, hoher Ministerialbeamter und jetzt ist ihm die Pension auch noch gestrichen worden. Das ist Deutschland. Und er ist über diesem ganzen Elend zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Er hat sich taufen lassen, hat mit Steg, der frühere Generalsekretär der Evangelischen Allianz, einer der entscheidendsten und entschiedensten Corona-Kenner in Deutschland, der jede Woche akribisch alles aufgelistet hat, wie wir hier belogen und betrogen sind. liest sich wie ein Kriminalroman. Und mir sagte jemand, man kann doch diese ganze Zeit, diese Depression, unter der sich unser Volk befindet, eigentlich nur noch aushalten. Also entweder sie werden Alkoholiker. Das ist ja klar. Wissen Sie, Sie müssen immer die Zusammenhänge erkennen. Natürlich hat diese Regierung jetzt Cannabis freigegeben. Wie kann man anders diese Politik ertragen, als dass man sich entweder einen hinter die Binde gieß oder einen sagen kann. Ich brauche doch keine Fantasie für irgendwas. Aber meine Damen und Herren, das ist doch, man muss es doch nur durchschauen, was los ist. Man stellt plötzlich Zusammenhänge fest, wo man denkt, das darf alles nicht wahr sein. So, ich muss jetzt zur Landung ansetzen, aber das ist für mich erschütternd, wie Existenzen kaputt gemacht worden sind. Nach diesen Sätzen von Lauterbach und Braun müssten die alle in aller Form entschädigt werden. Das ist es eigentlich. Aber man tut es nicht. Sie können sich informieren, es gibt natürlich Gott sei Dank die alternativen Medien und ich bin dankbar, dass ich hier gerade gehört habe, ich kenne ja die regionalen Gegebenheiten nicht mehr, dass sich auch ihr etwas tut. Ich habe übrigens zwei große Interviews, also lange Interviews, also ob die groß sind, immer noch eine Frage, aber sehr umfangreich gegeben in den letzten beiden Ausgaben der Zeitschrift Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, die übrigens eine höhere Auflage hat als die Bild am Sonntag, die ihnen aus den Händen gerissen wird. Ich kann Ihnen nur empfehlen, gucken Sie im Internet mal und rufen diese Interviews auch ab, das ist für die auch wieder wichtig, denn wir müssen jetzt all die Initiativen, die nun den Ritterschlag bekommen haben, sie haben mit dem heutigen Tag den Ritterschlag bekommen, das müssen wir doch erst mal sehen, die müssen wir doch unterstützen, unterstützen so, wie es nur irgend geht. Deswegen, wenn Thomas Kerl eben erzählt hat, das ist ja hier alles teuer und so, ich meine natürlich, das ist doch, in so was Edlen habe ich lange nicht mehr gesprochen, das ist doch wahnsinnig, toll. Meine Damen und Herren, heute, und das ist für mich die erschütternde Bilanz zum Schluss, ist Wahrheit nicht mehr gefragt. Wahrheit hat keine Konjunktur und das in allen Bereichen von Politik, von Medien und unserer Gesellschaft. Dabei geht es eigentlich nur mit der Wahrheit. Nur mit der Wahrheit. Es heißt heute immer so schön, wir müssen die Menschen mitnehmen. Nicht, also die Bekloppten haben noch nicht gemerkt, dass die Welt untergeht und das Klima und Corona und ach, die sind ja alle so blöd. wir müssen sie mitnehmen. Ein schönes Wort der Politik. Ich frage mich immer wohin? Wohin? Das ist doch das Entscheidende. Ich werde nie vergessen, Interview mit Peter Struck, das war noch ein SPD-Mann und vor allem ein Verteidigungsminister. Anschließend hat CDU und CSU auch die Bundeswehr zerstört. Das war noch einer. Und Peter Struck, Fraktionsvorsitzender, Interview werde ich nie vergessen. Und da frage ich ihn, sagen Sie mal, Sie sind jetzt hier große Koalition, vertrauen Sie eigentlich Merkel? Daraufhin sagt er, also, wenn die Pilotin wäre, zum Beispiel, natürlich würde ich der Frau vertrauen. wenn es mir egal ist, wo es hingeht. Und das ist genau der Punkt. Wo geht die Reise hin? Wir müssen die Menschen mitnehmen und auch nicht egal, wohin. Deswegen habe ich in dem Gottesdienst, auf den mich heute auf der Raststätte diese Dame aus dem Vogel angesprochen hat. Bewusst genannt Christen sind Kreuz- und Querdenker. Das ist mehr als nur Querdenker, aber auch mehr als nur Kreuzdenker. Und so waren diejenigen, die für ihren Glauben und für ihre Meinung bereit waren, in den Tod zu kommen. Das waren diese Leute, nicht nur Christen, durch alle Weltanschauungen hindurch, die der Wahrheit die Ehre gegeben haben. Deshalb, liebe Freunde, was brauchen wir? Die Wahrheit, die Wahrheit, die Wahrheit, Mut, Courage, wir brauchen Leuchtfeuer und keine Armleuchter. Wir brauchen wieder Unternehmer. Die gibt's, Mittelstandsinitiative Brandenburg, mit denen sie sich vernetzen müssen. Großartig. Inzwischen über 700 Unternehmer. Mit offenem Visier. Ohne Rücksicht, dass sie vielleicht staatliche Aufträge nicht mehr kriegen. Wir brauchen Unternehmer, denn die meisten Unternehmer nennen sich nur Unternehmer und müssen in Wahrheit Unterlasse heißen, weil sie nichts unternehmen. Jeder Unternehmer hat die Pflicht, und das steht im Grundgesetz, für die Allgemeinheit, das Gemeinwohl zu fördern. Liebe Freunde, wir brauchen Mutmacher und keine Panikmacher. Wir brauchen Hoffnungsträger und keine Weltuntergangs- Propheten. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber gewesen. Am 13. Juni ist in Danzig der diesjährige Hansetag, wo alle 27 Hansestädte sich treffen in ihrer Führung. Das Motto heißt Der Wandel beginnt hier. Also ich muss erst mal rauskriegen, was damit gemeint ist. Ich habe das nur mal so schnell gelesen. Der Wandel beginnt hier. Das ist so ein bisschen so was wie der Weg ist das Ziel oder so. Es gibt ja den größten Blödsinn in der Sprache zusammengestellt, wo man immer denkt, meine Güte, entweder haben kein Deutsch gelernt oder kein Mathe gelernt oder irgendwie ist das ein bisschen schwierig, also idiotisch. Aber mein Motto wäre, Zukunft ist Herkunft. Nur wenn wir uns unserer Wurzeln wieder besitzen, haben wir Zukunft. Und wo die Wurzeln liegen, egal wie sie weltanschauend denken, wie sie politisch denken, die objektive Wahrheit ist, Europa ist kein Kontinent, denn wieso ist die Grenze da, wo sie ist, denn es ist ja das Künstlichste, was es überhaupt gibt. Europa ist kein Kontinent, Europa ist eine Idee, Europa ist eine Weltanschauung, Europa ist eine Kultur, nämlich die Wurzeln des jüdischen und christlichen Denkens. Nur das ist Europa. Eines meiner ersten Interviews vor 52 Jahren habe ich gemacht mit Otto von Habsburg. Er wäre, wenn Österreich dann noch Monarchie gewesen, wäre der Kaiser gewesen. Und Otto von Habsburg, dem die Wiedervereinigung zu verdanken ist, seine Pan-Europa-Union hat bei dem Europa-Fest in Ungarn den eisernen Vorhang aufgeschnitten. Damit begann alles. Welche Wurzeln hat die Pan-Europa-Union, die den ersten Schritt zur Wiedervereinigung gebracht hat? Otto von Habsburg sagt, Europa ist nur unter dem Kreuz von Jesus zu haben oder gar nicht. Oder gar nicht. Das haben wir vergessen. Es hat nichts mit den Institutionen Kirche zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir selber diesen Weg gehen des Glaubens. Dass wir selber uns zusammenschließen. Allein geht man ein. Das gilt für Querdenker genauso wie für Kreuzdenker. Und für beide zusammen erst recht sich zusammenschließen. Nur wenn wir uns dieser Herkunft wieder besinnen, haben wir auch eine Zukunft. Warum werden die Menschen heute manipuliert und lassen das zu? Weil sie keine Wurzeln mehr haben. Eine fest verwurzelte deutsche Eiche können sie nicht mehr verpflanzen, können sie nicht manipulieren. Der Beweis, dass wir keine Wurzeln mehr haben. Liebe Freunde, unsere Herkunft heißt Einigkeit und Recht und Freiheit. Das wollen wir leben. Das wollen wir verteidigen. Wir haben erst dann verloren, wenn wir uns selber aufgeben. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.